Was mache ich jetzt am besten? Dort hinstellen. Oh. Hat es kurz geruckelt. Oh. Oh, das ist die Schweine. Oh. 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 Hä, was hat denn auf den geschossen? Nein, jetzt muss ich über die Leaks rüberfahren, muss ich dann besser sehen. Jetzt sehe ich ihn natürlich nicht mehr. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Oh, jetzt ist er hinter der Felge. Oh, also. Oh, da ist ja noch einer. Hä, da ist so der Felsen. Wir haben sie! Oh, den haben sie gerade in die Zunge genommen. Soll ich doch kurz sehen? Führ das nicht gleich auf. Das Verteidigen nicht angreifen. Genau, der schreibt das richtig. Der Modus heißt ja nicht. Sonst verteidigen. Oder? Na gut, auch im Griff. Was irgendwie nicht passt auf der Seite. Was sind denn die? Was sind denn denn? Kritischer Treffer! Oh, das liebe ich. Immer kritischer Treffer und nix abgezogen. Noch ne Hellcat? Ach, die haben zwei. Wir haben sie böse erwischt! Entschuldigung! Maus sagt es. Ist böse erwischt, aber nix abgezogen. Hm, da stehen noch zwei da hinten. Oh, da ist ja Fels am Weg. Sehe ich die? Ne. Hm? Verkarte, das sehste. Verdammt net. Na, außer Reichweite gewesen. Hä? Fein. Ups. Was heißt, weil KV1 ist getroffen? Hä? Nur 123 Schaden gemacht, aber zwei Kills. Achso, der eine hat ja nur noch 9 HP oder so gehabt. So, gucken. Da. Na, das kann noch dauern. Oh, aber... Oh! Fertig. Also, der KV2 ist mehr. Du bist. Du bist etwa gefrein. Du bist schön. Du bist. Das mit dem neuen Deal ist schon irgendwie komisch. Ein paar Sinn. Voll leis. Ein paar voll laut. Wird das ganz schön laut? Was hat der Schuckschuss noch hinten? Hm? Stinden die noch alle bei der Basis hinten oben? Na da ist der Baum umfallen, da ist schon einer. Hopps, da ist er irgendwo, sonst wo ich schießen. Da reicht es dann auch mal eher. Da war doch noch einer. Macht denn der? Äh. So vorne so ein bisschen. Da müsste ich es jetzt sehen. Kann auch nicht, weil sie zurückfährt. Na komm, zeig dich nochmal. Na komm. Nicht? Oh, da hinten helfen. Gar nichts sehen, dass hinten welche sind. Ich hab ja gesagt, dass von uns nur einer hinten ist. Der ist abgeprallt! Gegnerfahrzeug ausgeschaltet! Hm? Sehen die nicht. Oh, da ist doch ein Fels. Glaubst du? Hauptsache erstmal gegen Boden schießen. Aber eh auch. Huch, da ist ja noch einer. Ja. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Ja. Halt mal. Premium Moon zu benutzen. Wirkungstreffer. Mach ich eigentlich ungern. Was ja erstes so teuer ist. Da ging voll durch ihre Panzer rum. Und wenn man es ja nur genutzte Zoom wäre. Abpraller! Na, die Runde verlieren wir bestimmt. Oh, oh, da kommt irgendwas hinter uns. Wir haben sie nicht mal angekratzt! Ah, daneben. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Irgendwie häng ich. Das war's für uns. Raus hier! Warum konnte ich mich nicht drehen? Ich konnte doch auch grad voll lockerer wegschieben. Kette wurde getroffen! Das hat der die ganze Zeit ja gemacht, statt zu uns. Oh, hey. Konnte nicht durch die Tür schießen. Ah, hey. Konnte nicht durch die Tür schießen. Ah. Ach, tschö. Schafft er doch sowieso ne? Oh, alle. Kette verloren. Wir sind bewegungsunfähig. Und kaputt. Oder auch noch nicht. Na gut, jetzt. Was? Ich hab die zwei aufgeklärt. Was? Waffen drehe ich auf Panzer 4? Das ist doch Stufe 9. Oh. Ja. Oh. 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 Nagel-Canalf 14 314 heals. Tesorm 40 2, haha. Oh. Oh. hab ein Evangelium. Was ist das? Man hätte zwar nicht viel ausrichten können.